Wie gesagt, solange es die Spione trifft, ist es mir relativ egal. Oh, 75 Nahrung, okay. So. Dann gehen wir nochmal bei dem Rekrutierer vorbei, da sollten jetzt mittlerweile die Söldner angekommen sein. Also die Briganten, die wir jetzt irgendwie überzeugen konnten. Und ja, da sind wir mit der Map endlich fertig. Also sobald wir die Feen und den Bären da noch getötet haben. Fangen wir einfach mal unseren Truppen. Also ja, ein zweiter Trupp Nahkämpfer statt den Fernkämpfern wäre wirklich nicht. Nicht schlecht. Was macht ihr denn schon wieder? Nicht auf Kuschelkurs gehen. Es ist fertig. Bereit? Ja, da hat tatsächlich noch was zu sagen. Ich weiß, dass sie euch zuhören werden. Bitte nicht dieses Geschenk. Oh, Kettenpanzer. Ich muss ja sagen, der bringt uns leider nicht so sonderlich viel. Also ja, den Kettenpanzer, den kann ich gleich verkaufen. So, bei denen hier. Always with pleasure. Selbst auf der Imperialen Garnison ist jetzt schon so ein grünes Licht. Nee, danke. Mit dir wollen wir nicht nochmal ein Glücksspiel betreiben. Ansonsten. Das Dorf hat auch nichts Neues. Goblinmine hat auch nichts. Es gibt ja auch eigentlich nichts mehr. Was? Ist ja schon mal zum Beispiel schön, dass wir die Aufgabe von den Goblins abschließen konnten mit dem Schießstand hier draußen. So, nochmal ein Quick-Safe hier machen. Was? Just think. It's already done. Alright. So, das ist die berühmte Alissa, von der wir so viel gehört haben. Wir schulden euch Dank, weil ihr mehr Männer rekrutiert habt. Wir helfen euch beim Kampf gegen die Elfen. Das ist großartig. Ich kann die Verstärkung gut gebrauchen. Ich werde einige Männer unter eurem Befehl stellen. Was willst du von uns? Gib mir einen Break. Gib mir einen Break. Was? Ja, der Brigantenanführer. Was? Gib mir einen Break. Es wird eine hellige Befehl sein. Huh? Alright. Ready. On zu victory. Us? Alright. Just think. It's already done. Yes, Sir. Always prepared. Alright. Shoot your arrows. We're going. Just think. It's already done. Okay. Just think. It's already done. We're going. Just think. It's already done. Okay. Wenn die weiter auf die... Auf die Spione schießen, dann können meine normalen Schützen gut auf sie draufschießen. So. Always prepared. Haben wir das ohne Verluste geschafft? Always with pleasure. It will be done. And? Yes. We're going. And? Regeneriert ihr Leben? Ja, ihr regeneriert Leben. Eben gut. Eben gut. So. Yes, Sir. Let's go. Just think. It's already done. Just think. It's already done. Ready. On to victory. On to victory. Jetzt sind unsere Taschen auch prall gefüllt. We serve the Impulse. Alright. Alright. We're going. Gut, hätten wir das vorher mit den Rekrutierern mitgekriegt. Okay, bei denen ist einer hängen geblieben wohl. Get lost. Die Frage nur wo. Ach, du stoppst einfach mal. Das reichen auch die Truppen, weil es ist kein Gegner mehr dort, wo wir hingehen. Hurry. Let's go. What? Und ja, dass sie uns die Briganten mitgeben, die wir gerade für sie angeheuert haben. Ist auch sehr interessant. Hm. Spiel zeigt mir an, dass der letzte irgendwo hier oben rumlungert, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ach, sogar die hängen noch hier rum. Merke ich gerade. Also die haben wir ja auch noch. Kill home. Hurry. Let's go. We're going. Ja, keine Ahnung. Wichtig ist nur, dass ich die Spione jetzt aus dem Tal rauskriege. Also an die Grenze kriege und dann ist die Mission endlich abgeschlossen. Wir sind schon Level 4 auf dem guten Weg zur Level 5. Wie gesagt, Diplomatie ist so hoch, wie ich es haben möchte. Als nächstes kommt Wissen. Mal einen Punkt. Und dann vielleicht wieder ein Schnellzauber. Und? Just think, it's already done. Wichtig ist es. Wichtig ist es. Und? Just think, it's already done. The task is accomplished. What's next? Elf attacks are getting fiercer each day. We can barely protect the border. Go to the capital and prepare its defense, in case the elves are successful. Man merkt, es waren nicht viele Synchronsprecher, weil der Kommandant klingt genauso wie unser Ork-Chef, den wir in der letzten Kampagne hatten. So, fortfahren. Sollte der Kristall zerstört werden, würde ganz Demo von Chaos verschlungen. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Ein unmöglicher Auftrag, okay. Extra men will come in handy. All our battle mages are defending the border. The Crystal Guards and the Emperor are virtually alone in the capital. We might have to withstand a siege. Get ready for it. Bring everyone in the nearby towns and villages to the capital. It's the safest place. Evacuate the citizens of Belder in the southwest. Hurry! The southwestern road will be blocked soon. Use the guild teleports to save time. I'll go there immediately. Gildenteleporter benutzen, um Zeit zu sparen. Wo ist denn der Gildenteleporter? Also das hier ist die Hauptstadt. Die hat jede Menge Geld. Wir könnten hier sehr viele Truppen anheuern. Äh. Oh, ich darf die Spione sogar behalten. Ja, hui, jupi. Vernichtet die Monster auf der Südweststraße. Wir müssen alle über die Südweststraße das Balde herausbringen. Mhm. Der Feind droht die Hauptstadt anzugreifen. Okay. Just think, it's already done. Hurry, let's go. Hurry, let's go. Shoot your arrows. We're going. Just think, it's already done. Also ja, Briganten werde ich verheizen. Ganz ehrlich. Just think, it's already done. We'll stick them. My troops are under attack. Meine Paladin hingegen... Alright. My troops are under attack. We are under attack. We are under attack. Also ja, euch behalte ich auch erst mal. Yes, sir. Well, we don't know. Yes. Hm? Well, we don't know. Aha. Also hier ist eine Stadt, da ist eine Stadt. Da war eine Stadt. Da war eine Stadt. Vielen Dank.